Ja Leute, ich bin's wieder, Navey von WestGhost. Willkommen zum Hekelkurs, Alter, das ist das Intro vom V-Log. Let's Hekel! Ich schreibe Nila meinen Namen auf die silberne CD. Wieder beginnt der Vlog im Umzug mit einer abgefuckten Stimmung, to be honest. Unser Zug hat 50 Minuten Verspätung? Ne mittlerweile 70 Minuten. 70 Minuten Verspätung, jetzt sitzen wir in einem anderen IC. Berlin, wir fahren da Berlin. Ja, zum BHZ-Konzert. Wir haben keinen Bock noch auf unser Leben. Wir sind mies abgepackt. Unsere Tickets haben nicht funktioniert, so wie alle von der gleichen Website. Mag nicht bleiben. Es ist nur der DJ da und es wurden schon drei Leute rausgezogen. Ja, tschuldig, Digga. Das war's. Gumo. Ja, man kann sich schon denken, was unser Statement ist. Also, ich war noch länger dort, am rumstreuen, am Atos rausgegangen. BHZ, übertrieben geile Show. Also wirklich, die sind richtig abgegangen. Auch alles live, aber wirklich diese Crowd. Gumo, liebe Leute, ich fahre heute zu MC nach Uppertal. Ich werde am Freitag auf einem West-Ghost-Konzert sein, beziehungsweise so Ultra-Rare-Konzert. Eigentlich gar keine Lust auf Ultra-Rare. Ich werde mich nochmal überraschen lassen, vielleicht ist es ja doch ganz cool. Das ist eine Zupfbox, okay? Please be gentle, it's my first time being used. Digga, it's sticky. Guck's dir an. Wir fahren jetzt nach Köln zum Ghost-Rare-Konzert. Wir fragen uns immer noch, wo der Nachbus bleibt. Wo bleibt denn der Nachbus? Timeflow ist jetzt auch mal am Start. Wir geben jetzt Lyran Dash ausruhen. Lyran, falls du es siehst, wir lieben dich. Ah. Kalt. Kalt. Ah. OMG. So kalt. Hier ist nichts, was mir weiterhelfen könnte. Filo! Ich glaube, da hinten läuft eine Ratte. Entschuldigung, kennt die Lyran Dash? Also wir haben jetzt gerade was auf der Straße gefunden. Also das ist Brunhilde. Wir sind jetzt angekommen und wir bereuen es schon so früh, als viel zu nüchtern für den Scheiß. Der Not geht um. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe richtig Schmerzen gerade. Ja. Er zündet den Tornado. Wuuuuh. Das ist süß. Geht das aber mit der Flasche, die ist eckig. Ekelkurs auf Youtube. Ja Leute, abonnieren! Ekelkurs genau. Ja hier? Abonnieren. Okay, okay. Abonnieren jetzt und auf die Glocke. Ja! Ich kann das alles nicht mehr. Navy. Mokoba. Uuuuuh. Lando. Wir lieben euch. Aber eure Fans. Uuuuuh. Schnelli nackt. Schnelli nackt. Uuuuuh. 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 Nichts kommt an mich an. Ich halte auf meinem diesen Fuß in meinem Wolkenstaat. Ich krieg es für Zeit. Ich kann. Warum ist die Welt manchmal so sinnlos wie Pieks tot? Ich mach mich hart von dir an. Ich mach mich hart von dir an. Der Beat hat uns absolut zerrissen. Ich hab mich verpiss. Wahrlässig. Wir sind halt einfach nur tot jetzt. Wir haben hier noch Peps. Fun Fact. Ich wurde gerade einfach von einem Vogel angeschissen. Auf mein neues Merchandise, das ich mir gerade eben noch geholt habe. Und wir haben komplett frische Kleidung gekauft. Die ist komplett mit Cola übergossen. Komplett frischer Mantel. Es war einfach nur beschissen alles. Kommt morgen was dazu. Okay. Es geht jetzt weiter nach Berlin. Statement zu gestern noch. Wir wollten ja noch erklären, was los war. Und zwar, wir mussten mit einem Schienenersatzverkehr. Aus Leverkusen. Die Fahrt war Film. Wir wären, glaube ich, normalerweise um eins zu Hause gewesen. Mensch, wir waren um halb vier zu Hause. Wow, wir kochen jetzt Unge. Das ist das erste Mal, dass ich mich alleine aus Halle melde. Ich fahre von Halle aus alleine nach Berlin. Marschfett aus Braunschweig. Und Dizzy, glaube ich, aus Wuppertal. Dann geht's zu Vico. Wir warten seit acht Monaten da drauf. Und für alle, die nicht wissen, wer Vico ist, das ist dieser Dude hier. Wir sind in Thielhaus Park angekommen übrigens. Hä? Ich wusste gar nicht, dass Batschiff hier ein Stadtvödel hat. In Halle? Hä? Wir sind, glauben wir, beim Eingang jetzt angekommen. Da ist der Nachtbus. Vielleicht kommt hier Dizzy mit dem Nachtbus. Marsch? Hm? Ich möchte dir das halt zurückgeben entsprechend. Bitte. Das war's entsprechend. Waren wir aber schon mal in Baden-Württemberg? Ich bin vom Sternzeichen her Schütze. Ich bin Stier. Da seid ihr ja alle drei Feuerzeichen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Henglott, du weißt, was zu tun ist. Ein Bierchen, halt da machen. Auf, auf, auf den Kopf. Die Hände zu den beiden, die ich hab, ist ja immer kein Ding. Zahnstopper ist mein Fahrrad. Du auch mal. Wir waren zu spät dran. Und wir waren sogar Exit-Tabler, die uns jetzt aufreißen. Mach weit, mach weit, oi! Ich los mit das Stadion. Aber ich fliege Nina. Sausch vor Bärben, so wie in der Kreisliga. Stich in dem Wasser und die Säge, das ist einfach reich. Tür hat reich, und ich fliege rein. Mach ihn bisschen klein. Draußen wird es hell, doch uns geht zwar fantastisch. Der Psycho-Dellik-Rausch macht sich besser, aber schicker. Ich ess die Sticker dann im Endeffekt auch. Wir haben jetzt halb vier und sind jetzt in Kalahna-Sahle angekommen. Und ich werde nicht sagen, aber das war das schönste Schwarz von meines Lebens. Boah. Ey, das war für den Film. Der Scheide leg mal wieder ein. Wiederschauen und reingehauen. Das sind no hard feelings. Ich hab Bock auf die Kohle.